Willkommen zu einem kleinen Video von Jumelik Wechsel, also von mir, wo man sieht, also zwei coole Offroad-Strecken in einer Kupra Elf, das Syndica. Ja, ich werde das dann alles gleich per Movie Maker und... Ja. Oh, ich kann mal das still sehen. Ja, da schreibe ich dann alles für Movie Maker und so. Und ich schreibe auch noch mit Beinen, wo das alles ist. Wir fahren hier mit dem Ruder. Wir fangen das lang. Auf. Wenn man dort hinten liegt, dass es auf der Ringing-Metrie dran ist, dass wir die jetzt gerade wieder auf dem Auto machen. Und... Ja, ja. Da kann man halt sehr schön Offroad fahren. Und wenn man mal richtige... schöne Mega-Jumps hinfaut. Das ist jetzt auch in die Hühne bringen können. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Das ist eine schöne Anlaufbahn. Das ist so sehr, sehr lang. Das geht immer noch mal. Und... Das ist eine Mengeweite. Ja, das geht noch ein bisschen langer. Und... Das ist eine Mengeweite. gehen wir zum nächsten ich mache einen kurzen Kack und wir sehen uns gleich wieder hier sind wir an der Kietgrube und ich würde sagen die ist nicht so schön mit Opfer und Waren aber man kann wirklich coole Zeit haben das habe ich gerade schon ausprobiert hier mit unserem Volatier und wenn man sich hier aussehen kann man auch sehr schön mit Opfer und Waren das ist auch gleich hier in der Nähe der Anzug auf den Sprecher ich habe jetzt ich bin einfach zur Sicherheit nicht nur zufriedig das war ja der Schaden die ich an der Angriff gehabt am Gefängnis und hier etwas anwerfen das stelle ich ja nicht so viele wissen das nicht hier habe ich auch vorerst das was ich gerade habe ja nicht eine Aufnahme wurde gestartet das zeige ich mir auch nicht dazu ähm dann kann man hier wissen wir nicht dass hier so hinten eine Kietgrube wo sich auch mal sehr schöne Knöpchen sind ähm und hier kommt gleich die Fettgrube sieh 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 und gleich zum Ende wir die Kietgrube она Geh mir hier lang. Dann rutsch ich neben die Scheide. Und denk. Na ja. Dann hör ich an. War ich das schon hier? Mit einem kleinen Video-Chall. Video-Chall? Ja, okay. Ich glaub, ich war immer die Video-Chall-Warte. So, der ist jetzt zu tun. Jetzt zu tun. Ich hab ihn auch noch voll runter wie du. Und na ja. Ich werd das. Ich werd das. Ich werd den ganzen Tag noch drin. Schön zusammenschneiden. Dann hau ich das auf das Kühlschuk. Und. Machen wir uns keine Filzrechen. So. Wasser oder so. Energie. So. So. Na ja. So. Ich hab ihn gebrochen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Dominik Alpe. Ja. 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 Ja.